Musik Was mich am Skifahren am meisten fasziniert, ist die Geschwindigkeit auf der Piste und dass es immer fair abläuft und du fährst nur gegen eine Zeit. Musik Ich bin Juliana Sutter, ich bin 22 und ich komme vom Stoss. Ich bin Skirennfahrerin und momentan bin ich gerade in der Sasse 4 am Trainieren. Wenn ich unterwegs bin und das Studium und Skifahren unter einen Hut bringe, dann bin ich am Morgen am Trainieren und am Nachmittag und am Abend finde ich das Zeit, um für die Schule etwas zu machen. Ich studiere an der Pädagogische Hochschule in der Schweiz. Dort mache ich Primarlehrerin und bin momentan im dritten Semester. Der Verband verschafft uns immer top Trainingsmöglichkeiten, letztlich auch im Schneetraining. Und die Sporthilfe unterstützt mich finanziell auf meinem Weg. Als Tipp für Sportler, die studieren wollen, würde ich ans Herz legen, dass die Kommunikation auf meinem Studiumsplatz sehr gut funktioniert. bei der Bühne werden darfst, nicht R 책ipf bayern und準備autzen und Bis dahin. Es ist hier� посмотрим,